erzählt aber was denn jetzt passiert da könnt ihr billig arbeite überhaupt nix warum ist gar nicht deswegen geht es nicht oder was ja deswegen geht es wirklich nicht ja es sollte also eis muss nur unter dem grund haben wenn es abgebaut wird ja aus vielen lernt man oder auch nicht ich hab's dreimal gemacht oder jetzt muss ich hier irgendwann auch so aus der erde wieder ausbrechen kann auch gerne mein loch wieder nutzen da haben wir offen will ich leider nicht alex ja ich mache es fehlen noch drei blöcke eis komm jetzt gefälligst sofort hierhin darf ich dann noch irgendwas für sie tun du kannst mal gleich ach so hier muss auch noch da ich ja verkackt natürlich wieso geht eigentlich euer tank so schnell erst normal weil da nichts nach produziert nur raus nichts rein aber alles raus gut ich wollte ja nur nachfragen wird sagen die produktivste folge seit lang ja wie kriegen wir es eigentlich hin dass der scheiß ah hier ist der hebel okay ich wollte dass euer induction furnace nicht kaputt geht doch danke bitte ich mag das nämlich nicht wenn sachen von euch kaputt gehen ja ist es auf jeden fall jetzt nicht das tut euch in der seele weh oder jetzt mal ganz ehrlich so ich habe ja noch ein bisschen glaubst du willst das damit machen hier ist noch kartenplätze im grund ja da ist ich nochmals parken besuch abstatten ich habe irgendwie bock auf gefängnis ne ich habe gerade auch so ein elektronisch abgestattet oh bad boy was you gonna do du hast jetzt lust auf gefängnis ja oh der scheiß wie geil das wäre einfach so eine query übersetzen und dann nächste folge spark in seinem keller mit der hand anschlagen gefängnis ja gute idee auf jeden Fall also mach das ich unterstütze ich ich mache es wie dener und siebst bei unserem grundstück ja ich sage einfach du sollst das machen aber ich will da keine konsequenzen sowas ne okay ein bisschen schlecht ich könnte ihr wieder was anpflanzen eigentlich könnte nämlich so ein bisschen knochenmehl nutzen wenn ich das noch hätte aber habe ich nicht mehr ich bin fertig ja toll freundentanz was alles zu euch nein ich kann nicht ja ein bisschen bei der arbeit zuschauen ja alles beim dahin los das hier kommt alles brauche ich auch noch so mfsu wie rum muss ich das platzieren was er hier den mit dem hebel ausgetauscht ist und das eine geht ach warte die ist nicht die hat keine oder jetzt geht's nur hat er wie gebackt keine haben warum oh scheiße oh nein was hast du getan ups ganz geil oder ich gehe mal kurz bei euch vorbeischauen das hat mal hier ein noch nicht aber ich mache das gleich fertig ist damit bin ich selber noch uns da in den turtles in den weg schnell alter spark schau mal spark der ist einfach so dreist der kommt gerade zu euch ja mach ich hab genug was eine richtig gute idee ist wenn spark auf einem grundstück ist einfach umbringen richtig gut geht das nicht so aber es gibt so eine theorie dass man einfach so eine wand machen soll dass es effektiver sein soll wenn ihr das sollt was macht ihr machen dass man quasi so eine wand hat einfach wo alle alle baumstämme wo es dran wächst immer da sind als immer die gleichen sind quasi ja aber dann muss man halt mehrere bäume gleich mal pflanzen und so wie ist das er macht hier auch Knochenmehl aus dem ist auch gut was ist der falsche geh dahinter mit Alter Sonic ein Glück hast du jemanden der da immer alles überwacht ja wie viel bezahlst du dir eigentlich ach ja bezahlen ist ein gutes stichwort ne willst du wieder zahlen doch heute sehen willst du Stress oh ok nein alter nette sachen habt ihr voll viel oder alter ihr habt sogar eine quarry und seid richtig gut ich schau grad ob hier was wichtiges ist abbrechen noch einen schön nein ähm ja kann man entsetzliche sachen so Alex ja zeig uns mal wie wir die UU Meta Scheiße machen können was genau ja die UU Meta Farm ach wie ihr das produziert ihr könnt einfach ne ihr müsst euch einen Mass Fabricator craften wir haben ja gar keine Mazda für Kollege ich dachte du stellst uns die jetzt ja mhm theoretisch also wenn ich mit dem Ding fertig bin kann ich das sogar vielleicht machen obwohl wir schulden euch also ich schulde euch natürlich richtig viel UU Meta eigentlich da müsst ihr eigentlich gar nicht was machen weil keine Ahnung oder wollt ihr unbedingt auch eigenes UU Meta produzieren wir wollen auf jeden Fall eigenes produzieren auch wir wollen ja nicht die ganze Zeit schmarotzen bei dir genau ach so ja na ich meine ihr seid wenigstens sozial ist so ja gut ich mach bei mir dann fertig dann mach ich euch einen Mass Fabricator und dann kann ich ja mal mit den Solarpanels und so jawohl ist ja nett voll geil Alter das bin einfach ich ja ist einfach so was aber auch dein neues ich oder wie ja so ja es war eine Bedingung damit ich beim Megaprook noch ein paar Tage weitermachen kann muss ich meine alte sich ablegen aber auch echt ein paar Tage schulden ne ein paar Tage das sind eigentlich die letzten sieben Minuten die du hast äh genau nein es ist also es wird ja noch entschieden wenn die Zuschauer wie wir es ganz am Anfang gesagt haben ne wenn die alle meinen dass ich rausgehen soll ne was soll ich denn machen hä wer soll das bitte nicht wollen ja so ich brauch noch hast du noch ein paar Fackeln dann häng ich noch welche rein oder ich mach mir einfach Glowstone ne warte ich hab noch Glowstone dann sieht ihr besser aus äh geil also jetzt muss ich das richtige Ding treffen falsches Ding dann knall ich einfach Glowstone hier rein fertig so ne line ne line oder so abwechselnd weiss nicht ob abwechselnd aufgeht was man im Mars probieren ja mach du mal eben kann ja schon mal füllen ey geil wir arbeiten nur eine und halb Stunden ja geht auch auf ja geht auch perfekt na gut ist die schnell gehen ja war doch jetzt ganz ok dann kriegen wir gleich guck mal hat's noch nie gemacht da die Action sieht voll lustig aus alter ok wir können also das sind die brauchbaren die hier hier herkommt das ist leider ein bisschen alles verdreht das ist ein bisschen scheiße das kann man nicht drehen aber es ist immer das gute ist immer hier es werden immer die hier wachsen ok in der Theorie wenn nicht dann sind die Kommentare etwas dumm aber man weiß ja dass die eigentlich nie lügen in den Kommentaren ja ja die haben immer das stimmt ähm hier kannst du uns eventuell noch Stuff für ein Induction Furnace und so geben und vielleicht für ne MFE weil dann haben wir das relativ schnell wieder ok ok ich kann mal eben die Induction Furnace ach fuck wo haben wir wo hab ich das denn ach hier ist ein dann nehm ich schon mal ein Solar Panel was ist das LV Transformer brauche ich nicht ich baue nämlich ne Bad Box oder so alter was macht ihr denn unnötig cool Aktion voll tight voll tickt ich wollte ob du den Chatbag aufladen kannst oh hier steht ja wieder alles so ungewohnt ja so Dias hatten wir noch ne irgendwo ja irgendwo na wo hast du du hast hier auch nirgendswo ne 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 vielleicht sind die im Keller alter im Keller ach da äh ja kann sein ja der steht ja auch noch so halb ne ja da sind tatsächlich voll der Bunker alter der hat die Query überlebt ja der sieht ein bisschen scheiße aus wenn wir mal ehrlich haben der hat nen Atomreaktor und ne Query überlebt alter das ist der krass das ist echt krass erstmal brauche ich hier was vernünftiges ein Project Table sonst komm ich ja nicht weit ach Greenstone ich bin so dumm ich kann nicht mal irgendwie ordentlich einfache Mathematik machen Dina wo ist denn der Minimstone hin? weiß ich nicht ach bist du hilfreich? alter wofür bezahlst du es überhaupt? guck mal wieder nen scheiß save ding an das ist echt so ja ey aber die haben es drauf die wissen es das ist echt so ja so ja die wissen wenn Frauen umgehen einfach nicht widersprechen und sagen ja ok ja 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 in dem Rücken ja in dem Rücken was machen wir hm da ist er drin hab ich doch gesehen ja ja ist ok so couela so hier meiner Malte er halt ja irgendwie noch irgendwie so gesagt ja kann man die SAFE & so ja kann man die SAFES mit einer turtle & so abbauen hätte die eigentlich die SAFES von zuvor abgebaut, wenn ihr da sicher wärt, dass man die so abbauen kann. Hey, ihr Alex, Alex, du fängst wieder damit an, du bist rückfällig, immer mit deinen Menschen. Also hätte, hätte und Fahrradkette, ne, da möchte ich ja gar nicht. Das interessiert mich mal, weil das wäre, das wäre natürlich richtig lustig geworden, aber gut. Oh, Alter, mein Juju, meine ganzen, oh ne, da hatte ich echt keinen Bock drauf gehabt. Ich hab doch extrem viel Eisen gehabt, wo ist das denn hin? Was hab ich da vorher noch gesaved gehabt, aber warum? Hast du das gegönnt? Was? Ne, das ist ja. Also, 14 Stück hab ich hier noch. Ne, 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 ich hab das auch gefunden. Ah, okay. Zeronik, du Juju-Matter-Typ, wie macht man nochmal Gold? Gold, äh, alles außer die Ränder, also oben, unten, links und oben, links, äh, nichts. Alter, wer hat dich überhaupt gefragt, Alter, der fängt wieder an zu larren. Ja, sorry. Oh ja, das geht so schnell mit einem Ofen, juhu. So. Äh, wie krieg ich's jetzt eigentlich hin, wenn ich den MFE hab, da einfach ganz normale Gerätschaften, einfach mit einem LV-Transformer, ne? Und dann kann ich da einen Induktion verwandeln. MFE macht, glaub ich, macht der High-128, oder? Du brauchst, ja genau, einen LV-Transformer und dann wird das halt umgewandelt. Mach ich das einfach mit Glass-Fiber-Cable und dann geht das, ne? Aber irgendwie hab ich das probiert und hab den Kompressor angeschlossen, der ist mir einfach um die Ohren geflogen. Ja, du musst halt schauen, dass es in die richtige Richtung schaut, weil die, äh, LV-Transformer haben einen Ausgang und... Der grün ist. Drei Eingangs-Facts, ne? Soll ich noch mal machen, Lina? Das da rein? Das? Nein. Nein. Ich glaub, niemanden haben, der mir die ganzen... Vielleicht kannst du gleich mal mit deiner Portalgang kommen und hier einen Baum verschieben. Oh gleich, Moment. Ähm, 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 ich bin grad auch auf Sozialarbeit, mach ich euch diesmal. Okay. Ähm. Ach genau, das Eisen. Rutzeln. So. Ach, ich hab mir übrigens ein bisschen Rubber von, äh, bisschen Sticky Resin von euch geklaut. Was? Ist mir aber gerade eben erst aufgefallen, aber das brauch ich sowieso jetzt. Also ich benutze das jetzt. Pass, du kannst auch drei Uemeter 27 davon machen. Also das ist... Ne, aber ich find das schon... Also... Gefängnis ist schon was gut, das da eigentlich. Wenn ich sogar totes... Ey, Alex! Irgendwas an der Farbe läuft nicht ganz, oder? Ja, es läuft alles noch nicht. Ich weiß. Und was fehlt noch? Ich muss noch die Teile einsetzen, Anna. Ich brauch noch... Oh, ich brauch noch ein Glas. Na klar, das kann nicht so viel aufgehen. Warte. Ich kann mal jetzt kurz runter. Doch nicht, doch nicht. Warum nicht? Ich hab doch eins. Im Safe. Im Safe hab ich noch Glas, wenn du willst. Ja. Naja, ich... Also ein Glas ist... Das ist so... Nervig. Weil ich mach Glas aus Höhemeter. Weil ich hier ein bisschen gefehlt hatte mit dem Aufbau. Muss ich gleich mal auf der anderen Seite noch angleichen, sonst sieht das komisch aus. Ach, wie macht man jetzt Glas? Sowas kann ich mir zum Beispiel gar nicht merken. So ein Mist. Ja, das ist auch voll schwer. Das ist nur für die Profis hier. Ah, so. Naja, fast. Äh... Okay, gut. Klappt. Andersrum. Ähm. So. Ich bin... Was ist los? Mann, ich hab gerade gecraftet und dann schubst mich Ceramic runter. Ups. Oh nein. Ja, Mann. Das ist aber gemein. Nach all dem Ärger ist das auf jeden Fall das Schlimmste. Ja. Oh nein. Die Maschinen hab ich jetzt auch. Zack. Ist doch geil. Alex, reaktion nach allem. Ja, ist nicht so schlimm. Jetzt schubst du ihn runter. Oh nein. Ja, hallo. Die haben nur die Maschinerie kaputt gemacht. Ja. Hä? Jetzt fängst du ihn wieder an? Dieses D. Alex. Du hast Schuldkomplexe. Nein, ich... Du weißt doch, dass ich schizophren bin, ne? So. Und das Problem ist natürlich, dass ich meine... Vergangen... Vergangenheitlichen... Keine Ahnung. Äh... Persönlichkeiten dafür verantwortlich mache. Ah, ey. Warte, was kriegt der? Ja, okay. Hallo, warte jetzt mal. Hast du einen Portugan dabei? Jo. Hier, guck mal. Oh, wieder was gewachsen. Ey, Zironic, ich hab ne richtig lustige Idee. Weißt du, was passiert, wenn du einen Portugan auf dem Mond machst und dann auf dem Grundstück? Mach mal, Alter. Aber mach, mach bei uns. Das ist lustig. Hab ich das? Ja. Und dann gab's B. Ach, Sina. Du verstehst so gut. Du verstehst so gut. Ach, so. Ist sie sich sicher, dass wir das gemacht haben? Ich liebe die hier. Ich mach hier so einen Kreis. Das ist viel cooler. Dann hab ich hier was wieder aufgebaut. Was... Was Alex zerstört hat. Alter, du brauchst jetzt wirklich nicht darauf herumzutrampeln. Ich ändere gleich meinen Namen, ne? Ja, wie ist's ja heiß? Ich hätte einfach gern so... Ein, zwei, drei Geräte noch, Alter. Ich mach hier schon mal wieder den, den Scheiß... Das... Laufsick. Ähm... Weil's grad echt ein bisschen kacke ist, ohne Macerator und so. Wir hatten zwar vorher einen Pulverizer, aber ich hab jetzt keinen Bock auf Industrial Craft mehr. Ja, das ist kurz noch ein bisschen... Ähm... Hier wächst nichts mehr. Der Baum ist auch Schrott. Wieso hab ich denn hier einen MFE? Ist schon drinnen. Den hab ich äh... Neuer gecraftet. Für mich? Ja doch. Hast du den mal hingeschr... Hingeschmissen oder was? Mich hat... Der hat den mir gegeben und dann hab ich ihn dir gegeben. Ich hab aber grad selber noch einen gecraftet. Also ich bin dabei quasi gewesen. Ne, oder? Doch, aber dankeschön. Ach, ich bin mal sozial und... Alter. Ja, brauch ich nicht. Dann mach ich... Dann lass ich's erstmal. Gut, okay. Dann brauch... Hier bei dem... Hier für dich auch nochmal wieder ein Zeppling. Äh... Hier ist doch... Bei dem grünen... Bei Svex ist doch der Ausgang da vorne. Ja, ne... Das heißt, da kommt dann der Elferno-Transformer dran. Alter, diese dummen Blätter! Ey, warte, warte, warte! Es gibt sowas, das heißt, nennt sich Sickel irgendwie. Ja, dann kannst du Blätter voll geil abbauen. Ja... Das wäre voll schlau für euch gewesen eigentlich. Voll schlau. Ja, voll schlau. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie habt ihr da den Elferno-Transformer hingeschmissen? Jetzt baue mir den mal hier so dran, damit das nicht auseinander fliegt. Okay, gleich... Ähm... Am besten, wenn du solche Sachen baust, da wo du Angst hast, das explodiert, mach am besten diese Kabel und sowas erstmal nicht dran und erstmal nur so schauen, dass du den Ausgang so richtig hast und danach erst am Ende, wenn du dir sicher bist, dann die Kabel. Mhm. Und wenn man sich nicht sicher ist? Äh... Ja, dann... Keine Ahnung. Dann einfach irgendwas machen. Ach ja, aber danke, dass du uns das gecraftet hast. Dann kann ich jetzt nämlich mit dem Machine Block... Oh, warte, Entschuldigung. Warte, ganz kurz. So. Warte, guck mal, guck mal, guck mal, Achtung. Warte, warte. Ja? Ja? Geil, Alter. Das ist ganz praktisch, das Ding. Wollt ihr die noch haben, die Blätter? Nö, brauchen wir nicht. Alter, wie geil. Nice. Ich hab' mir das Teil noch gecraftet, weil ich da die Hoffnung hatte, dass bei diesen Silvertrees da wenigstens ein paar mehr Zepplinge rauskommt. Boah, Junge, wie das eskaliert. Das... Das Ding... Das Ding mag ich. So, hier, Kollege, jetzt mach das doch mal mit dem LV-Transformer. Sonst muss ich dich dumm und behindern boxen, weil du den noch in deinem... Äh... in den Panel rein. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich hab' den ja danach gestellt. Aber ich kann ja einfach... Das muss so. Ich kann ja auch das einfach abbauen und... So geht's auch einfach. Hä? Was sieht alles gleich aus? Hä? Warte. Das ist auch gleich hier. Vielleicht liegt hier... Wo? Hier ist ein Loch unten drüben. Ich hab' das gemacht. Warte, was macht ihr da? Warte kurz. Achso, du hast das Loch nach unten gemacht. Hä? Ich hab' das einfach nur hingestellt. Bisschen unpraktisch, warte. Aber es müsste gehen. Ich hab' hier noch ein Ding ins. Ahm. Äh, Hammer! Die Mobs töten mich. Wo ist jetzt der Ausgang? Hier. Jetzt ist es rechts. Also links. Okay. Hier. Also hier kommt dafür der LV-Transformer hin, ne? Ja, genau. Und zwar... Und zwar... Inventory. So rumgucken. Ah, das hat auch was damit zu tun. Okay. Und zwar... Alle Löcher sind jetzt alles Outputs. Okay. Dankeschön. Gut. Danke. Ja. Ja, wird gehen, denk ich. Gut. Also bei Maschinen, die Energie, ähm... Sozusagen rausgeben... Ist immer... Warte kurz. Oh, zum Beispiel MFSU und so weiter. Die haben normalerweise immer so ein Loch. Und das Loch ist, ähm... Output. Oder, Alex? Ja, genau. Ja, ja, genau. Also die speichern halt das ganze Zeit. Und da ist drei Löcher, ist quasi Input. Okay. Und hier auch. Oh, ja. Hier hat's drei Löcher drin, darauf es angeschlossen ist. Und dort geht's rein und hier geht's raus. Überall. Ja, da kommt überall nur LV raus. Oh, jetzt hat man's aber krass gehört, du. Gut. Jetzt hat man's gehört. Jetzt hat man's gehört. Jetzt hat man's gehört. Krass. Krass. Mein Stuhl? Ja. Ne, nicht ein Stuhl, sondern ein Schweizerdeutsch. Ach so. Ich hätte schon die ganze Zeit drauf geachtet, ob man das hört, aber... Das ist halt das erste Mal. Ja, passiert das hinzu mal. Kann mal passieren. Krass, Fondue. Hm, lecker. Ja, ja. Oh. Ja, meine Freunde. Jetzt kann der gleich wieder mit der Sichel und zerfetzt das Ding. Ja, ja, ey. So. Läuft bei dir. Nix wächst, alter. Ey. Das sind scheiß Bäume. Ey, zum Ernst. Was war das? 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 Boa, der wächst auch nich. Da wächst auch nix. Der wächst auch nich. Ja, sein kann alles. Sino. Hör mal. Philosoph. Hör mal. Nee, ich schlag's nicht ab. Du bist wieder oben. Klar ist eins. Ey. Ja, dann kann ich ja schon wieder abholzen, ne? Ja eigentlich schon. Warte, hast du ne Kettensäge? Ich hab ne ganz normale Axt. Mach's dir auch, ja, geht auch. So, jetzt kommt der hier an der Wand Jo, ich hab gerade noch viel Spaß beim Zuckerrum Das ist hier euer Kreis Mann, ich brauch Cobblestone Unser Haus muss leihen Doch nicht, klar Jetzt verstehe ich auch, warum die sich mega abgefuckt haben Über das Abbauen meiner ganzen Farm mit der Kettensäge In dieser Scheiß-Tischle wäre es viel besser gegangen Alter Ach hier, ich kann jetzt einfach hier ein Glasfiber-Cable aus jedem Output hier nehmen Und einfach einen Messerator ballern, ne? Äh, genau Also ich schalte jetzt hier irgendwo den hin So, jetzt muss ich wieder Warte kurz, kann ich ganz kurz das Glasfiber-Cable haben? Habe ich noch nicht gemacht Okay Warte, ich kann es eben craften Oder du craftest es? Ne, ich hab gar nichts dabei Oder ja, ich kann es Ich bringe ein Glas dabei Komm her, da kannst du lieber den Block hier verschieben, ey Wieder einen? Ja, hier bei mir Guck mal Wartelgun, da Hier ist gut So, komm Okay, wir haben bald ne Runde, ne schöne Runde hier Aber wie war dann das Scheiß-Rezept für Glas? Ah ja Ah ja Also die Bäume sind gut Gute Bäume, ich mach Jawoll Voll aggressiv so Mit Quanton Okay, hier Take it Boah, der ist richtig geil, der eine Baum da Alter, warte ganz kurz noch Eines hier vorne Eines hier an die Wand Und Es geht Absicht Ah, es geht Es geht Ja Und den Induction-Furnace kann ich jetzt auch einfach da dran packen, ne? Genauso wie es ist Ähm, ja, aber ich würde noch eins weiter rechts hinpacken Ich würde am besten irgendwo oben hinpacken Weil der sollte getrennt sein vom Strom Damit du den halt quasi, ähm Ausmachen kann Ja genau, weil der fest dauerhaft Strom Wenn du den, wenn du den, mit dem Hebel Machst du erstmal den Hebel ran und dann, ähm Ja, warte, ich muss mir noch den Induction-Furnace anmachen Also ich mach den einfach dann hier hin, beispielsweise da, wo du den Pimmel gebaut hast Warte mal, ich mach jetzt hier einfach mal Genau Guck mal her, hey, 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 hey Ja, ja, ich bin voll beschäftigt hier Ja, ja, wir sind zwei Da und da So, vorne, warte, der war hier, oder? Ja Nein, ist noch ein, noch Es fehlen noch zwei nach rechts Ja, hier ist noch einer hier Hier ist noch einer Hier so, hey, hey Und Ey So Hier, bei mir, Kollege Ja Unterwegs Wieder rumhüppst Ey Mitnehmen Wie rum war der? War der so rum? Ja So geht's auch Ich schau mal bei euch vorbei Ich hab gerade voll die langweiligen Arbeiten Hier ist auch noch einer Hey, hey, hey Das anzutun ist ja richtig schlimm Bring mal, was für ein Induction-Furnace-Math Aber brauchen wir überhaupt so einen noch? Ne, glaub nicht, oder? Ähm, doch, hier Alter, lan, ihr habt schon einen Glowstone Krass hätten ihr Ja, ne? Steht noch einer Okay, hier rum Zwei hier rum Und eine hier rum Okay Habt ihr hier ein tolles Programm für die Turtles? Ja Okay Huch Ähm Habt euch das gestohlen? Haben wir, äh, in mühseliger Arbeit selbst entwickelt Ähm, hier Ich könnte jetzt hier Das war jetzt auch mal eine Frage an Zeronik Hier einfach Achso Warte Warte Jo, bin da Hier Den Induction-Furnace dranballern Und unten oder oben oder sonst wo Einfach ein, ähm Hebel, ne? Wo genau willst du den hinballern? Ja, na, da, wo der kommt Ja, da, wo der Ding ins ist Also, okay, ähm Ja, aber warum willst du den Schräg davon machen? Und den einfach vorne hin Ja, ich kann den auch vorne hin machen Also, so rein optisch Das war jetzt nur rein Ich meine, ich wäre auch Geschmack Im Gegensatz zu denen und so Ist so Vor allem, ne, nach den ganzen Folgen Wo den aber gesagt hat Irgendwann, das Grundstück ist so hässlich Und so Ich mach mir jetzt erstmal einen Kompressor Sonst kann ich mir den Scheiß Induction-Furnace nicht machen So Ja, nein Wie hast du einen gut da? Ja, der ist gut Ach nee, der ist auch nicht gut Kack, du Ey, aber Keller steht noch, also Ziemlich krass, ne? Einer hier oder einer hier Ey, der hat da aber auch Irgendwas Zeug Eigentlich du noch Ja, geht Glücklicherweise Die Quarry war relativ langsam Also Ja, ich hab auch gedacht Das war eventuell noch was abbauen Vielleicht Sind auch nur zwei Electrical Engines Vor allem Zeronik hat noch Nach diesen Energy Cells gesucht Die Energiespeicher Diese MJ-Energie Und er hat keine gefunden Aber wenn er die gefunden hätte Dann wäre die Quarry aber So richtig abgegangen Weil wir hatten doch drei volle, ne? Ja, der ist einfach jetzt komplett weg War jetzt gleich fast besser Naja Wie man es nimmt, ja eigentlich Hey, warte kurz, warte kurz Haben wir gerade das Zeronik gesagt? Äh, nein, das war der Hier Wie heißt er? Alex Rony, komm mal her Der Ding ist hier, der Wie heißt er? Alter, ich weine gleich wieder So geht das noch nicht Vielleicht Aber das ist so nervig zu laufen Mit der Pottelgang Und dem Block in der Hand So Nur noch einer da Seitlich, seitlich, seitlich Ich bin echt mal gespannt Was Siebs da noch so Für ein Tower baut Der macht ein Windkraftwerk Ach echt? Ich dachte, der wollte irgendwie Nur so einen hohen Wasserturm machen Bis, keine Ahnung Nee, ich dachte Also, so wie ich Verstanden habe, meinte er Weil das irgendwie Erst ab einer gewissen Höhe Sinn macht Aber Also, keine Ahnung, ob das stimmt Alex, ich muss mich mal Anfangen zu arbeiten, alter Ja, bau mal mit hier Ich baue noch einen Induction-Förder Nein, der muss den Juju mit Habt ihr noch Setzlinge Von diesen ganzen Kackbollen hier? Warte, ich gucke Ich habe einen noch Ich habe zwei Komm mal zu dir Warte, ich stelle die einfach Das wächst immer auf der falschen Seite Das Zeugs hier Und wie denn? Nein, ey Bei mir ist ja hier stehen auch nochmal zwei Ja, hier, warte Das muss aber so rumwachsen Oh nein Ich habe meinen Skype noch nicht Beschäftigt Aber ein Glück, dass ich bis jetzt keine Nachricht bekommen habe Also Naja Jetzt auch Ja, endlich Jawoll Und der Kreis Der Kreis der Weisen ist vorbei hier Mit voller Besammlung hier immer Zack, 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 zack Jetzt können wir hier noch ganz cool sein und Abrundungen und noch Bäume in Ecken pflanzen Was cool sein darf ich auch mitmachen? Nein Nein Nein, ist kalt Und was ist, wenn ich es meiner Mama sage? Nicht deiner Mama, bitte nicht Alter, ich mache es Dieter ist immer so böse zu uns, Alter Jetzt In die Mitte kommen schön Brass Nein Ist auch Alter, nice Das haben wir die Sublings auch weggefetzt damit Oh Was? Wieso braucht man den Clean Stone für so eine Scheiße? Weil sie geil sind, Alter Echt so Darf ich eben kurz da noch was fertig machen? Ja, klar So So, jetzt komm mal her Ja, Mr. Alex Wo bist du? Ne, ich bin noch überhaupt nicht fertig Ich muss hier noch voll arbeiten, Alter Ich habe Angst, den da jetzt einfach dran zu schließen Vielleicht die ganzen Robbertrees hier wieder abfällen, ey Weil der Kreis fertig ist Kreis ist der beste So, warte, dann nimm mal, nimm mal, nimm mal Nimm mal hier Ja, hier So, das ist dieses Das ist dieses Feld, eskaliert den ganzen Nehmen wir es mal Da kannst du Blätter richtig krass abbauen Ja, warte, ich probiere das mal eben aus Bei Rehwi auf dem Grundstück Ja Was? Er verliert, Alter Wo ist Rehwi nochmal? Da, wo Malte steht Das ist der Teil, Alter, das geht ab, okay, cool Gefängnis bestimmt Ach, warte, ich stelle ihm einfach die Saplings wieder, dann freut er sich Ja, danke schön für die Sichel Äh, hast du den Kompressor angeschlossen? Ähm, wieso das Ganze mal? Ich hatte Angst, jedes Mal, als ich das bei uns gemacht habe, ist der einfach explodiert und ich habe keine Ahnung warum Und ich habe den einfach nur Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber okay Mal schauen Ja, bau einfach, wenn es kaputt geht, ist eh mein Fail Oh, da Okay, läuft, danke schön Dann kann ich mir jetzt den Kack-Induction-Furnace machen und dann haben wir so viel wie vorher So Induction-Furnace, warte Ne, den habe ich gut gemacht Ja, da brauche ich jetzt erstmal den Advanced So Aber ich habe jetzt die bessere Farm aus, wohin? Von den Bäumen her Das stimmt Hat sich quasi mega gelohnt für uns Ja, war für alle Hallo, das war sowieso alles nicht erstellt, ne? Das war ja alles geplant, also wir wussten ja auch, Zironic hat dann bei uns angerufen Ja, also wir holen morgen unser Geld ab, ne? Von dieser Aktion da, die alles nur Kommerz ist Ja, das war alles wegen unserem YouTube-Money Ja, auf jeden Fall Ja, wegen so 2-3 Euro am besten mal einen Tag lang streiten und so Ja Alter, aber du weißt schon, was du von 2-3 Euro dir kaufen kannst, ne? Einen Döner Auf jeden Fall, also Du musst immer die Fakt übertreiben, ne? Ja, Alex Von dem bin ich nichts anderes mehr gewohnt, Alter Der ist richtig der Freak, ey So, dann würde ich mal sagen, eigentlich Wenn wir jetzt soweit wären, dann wären wir soweit Was? Wenn wir soweit wären, dann wären wir soweit? Ja, aber Alex schuldet uns ja noch was Das hat ja immer noch nicht angefangen, ey Naja, ich mach gleich So Ja, das andere ist Ach, das ist auch im Kompressor, okay, alles klar Ich mach noch eben unser Ding fertig Und dann bin ich auch fertig Ja, Alex soll den hier noch haben Ich muss noch auf Alex warten Jo Aha Alter, das macht so viel Spaß Ich platziere gerade überall 4-3 Euro Wenn ich das überhaupt noch interessiert Die sind ziemlich sehr geil Ja, also das ist mega spannend Und das interessiert auf jeden Fall Ja Jeden Hälte, da steht hier einfach ein Stück Zaun Warte, ich hab irgendwo noch Zaun Ja, dann kannst du vielleicht flicken Flicken? Achso, das war blöd, was ich getan hab Warte mal eben Coal Dust Ja, dann muss ich das doch da reinballern Ähm Entschuldigung, was, ja? Warum läuft das nicht mehr? Bist bei mir? Oh Hä? Alex, warum läuft unser Lavatank nicht mehr? Weil ich den erstmal deaktiviert hab Weil der sonst leer wäre Uncool Weniger Yu-Yi-Matter Ja, aber wir produzieren sowieso gerade keine Ware, ne? Ja Deswegen wäre denn du dann Äh, nach kurzer Zeit leer Ja, das wäre ja auch uncool Und das will ja niemand Naja, ist so Mhm Wir reden lassen Mann, für asozial Manchmal Da hat man irgendwo Einfach nur so Licht Aber Da ist keine Fackel oder so Einfach nur so Licht Was hast du gemacht, Malte? Ja, ich wollte es da wieder dranplatten Aber das sieht man nicht Also gehört uns jetzt eine Redstone-Lampe Ja, ich wollte es eigentlich nur wieder anmachen Und ich wollte einfach mal Außerhalb von unserem Grundstück Bisschen Licht machen Ja Weil da immer so viele Scheiße spawnen noch Und das wäre jetzt echt scheiße Wenn nochmal ein Creeper kommt Und da Alles wegbumst Was? Warte, hier Warte, ich nehme mal Fackeln mit Ich glaube, ich mache erstmal kurz Pause Und mache euer Messfabricator Teil Dann habt ihr nämlich euren Spaß damit Könnt ihr mich schon mal schön produzieren Aha Dann mache ich das danach, fertig Passt schon Aha So, wie war das jetzt? Davon brauche ich vier Okay Eins habe ich schon Ja, ja, ja Ich habe ab Meinem ist doch mal wechselt Wie behindert ist das denn? Mann, oh Mann so fertig also frage an wen deine mama ach so was nein ich bin wirklich verdammt müde irgendwie gerade das wirkt auf mich leicht einschläfern das ganze hier minimal ja kann ich gar nicht nachvollziehen war das gerade so interessant das man ich habe jetzt alles ausgelöchert unser grundstück ja danke ist scheiße ich sehe da wieder kommentare vormann da steht in unseren keller drin ach so hat er das will der eigentliche alter warum weiß sie ja alles die studiert jede megaprojektfolge die ist so der spion für äh hier unseren kleinen zeronik da gibt die die immer die cordy's raus wo ne neue query ist und dann pam pam ich dislike jedes broken thumbs video besser ist wir machen das auch wir disliken auch unsere videos warte wollt ihr wissen wie man hier naturgerecht entsorgt mach mal eigentlich nämlich so mach mal eigentlich nämlich so oh fuck nein warte mach doch das hier noch hin und hier noch hin damit die ecken da schön sind die anderen zepplings sind irgendwie sehr komischerweise so bam bin sogar zu fahr für den weg hier und da nein ja und das ja auch mit mobs machen oder ja geh nochmal durchs portal halt stopp nein den du bist so ungezogen heute ernsthaft was soll die scheiße er stellt dir einfach gleich in die in diesen mühsam erbauten in das mühsam erbaute vierecke rechteck einfach so ein creeper ey der hat ne spinne dabei der Ficker das ist aus eurer hausspinner jetzt warte da müssen wir aber auch für die so ein so ein gehege machen warte mal mach zum besten noch glas mit dem schild du bist dumm oder so sowas richtig erwachsenes ja warte ich mach das gleich richtig zu ich bin aufgeregt deswegen verbaue ich mich so diese diese gun hier die erlaubt richtig neue art für ein haustierhaltung naja du scheiß spinne jetzt ja nächste kwett für den eingang so ja mach die jetzt ne nix kannst du die jetzt machen weil ich bin mitten also das hier muss er weg so wunderschön so alex ja ich hab gerade richtig viel spaß warte boah alter so eine scheiße würde eigentlich das hier gehen wenn ich jetzt ein portal reinmache warum mach ich gleich nochmal den messfabrikator für euch jetzt packt die glaube ich ein bisschen als hätte ich hier irgendwelche grundstücke zerstört oder so so es ist sie tot wieso ist sie gestorben wieso ist sie gestorben wieso stirbt die spinne einfach das hat gerade ein paar faxen gemacht mit der ein bisschen rumdippen warte ganz kurz ich hab mir seh warte ganz kurz so ich bin doof wieso wieso ist sie jetzt Gomme holen oder was haha nein Gomme ist nicht on achso also links portal wo ist jetzt Spark hin warte warte nimmt er das uns übel das ist ja nur Spaß oder als ob er das uns übel nimmt wenn er nicht stimmt das ist noch uns weil ich einfach herkomme War eh alles Alex. Ja, das war ernsthaft. Wie gesagt, das ist Alex für heute. Weißt du, was ich mir gerade so überlegt habe? So in der Zwischenzeit, eure Folgen, die werden ja nicht gleich hochgeladen. Das zieht sich dann noch so über ein paar Tage. Und irgendwann kommen so neue Zuschauer dazu, die sich dann fragen, was hat denn dieser Alex eigentlich gemacht, dass er so die ganze Zeit beschuldigt wird? Und dann finden die nur so heraus, dass so voll alles gegrieft wurde. Und dann habe ich echt so irgendwann so eine Meute an Leuten, die dann so die ganze Zeit meinen, Alter, hast du dich eigentlich mal so ordentlich entschuldigt oder sowas? Oder jetzt fängt er bestimmt gleich wieder an, irgendwie alles zu griefen oder so? Ja, so witzig, oder? Ja. Nicht? Das wird auf jeden Fall geil. Warte, ey, ist... Oh, scheiße. Das wird weg, ja? Weil Spark muss nämlich am Rand spawnen. Was? Spawn? Das ist richtig Raketenphysik, was sie da hinten betreiben. Donutspar. Ich gucke ihm nur zu. Einfach ich bin doof. So richtig blöd, Alter. So richtig schön erwachsen. Er läuft bei uns so. Aber jetzt ist das Dach nicht da. Er hat seine Pfandtuch. Er hat seine Pfandtuch. Er hat seine Pfandtuch. Er hat seine Pfandtuch angezogen. Er hat Angst. Er hat gefragt, warum er da rein soll. Cool. So richtig schön Wodka. Cool. Ich bin einfach da rein. Tada, ich bin so geil. Ich hab den Mass Fabricator fertig. So, und... Oh, er ist drin. Portal ist weg. Ich seh den, Mensch. Was macht ihr? Ja, da ist er. Ist er drin? Wusstet ihr, dass man mit einer Kantobewusstung sterben kann, wenn man in einer Wand ist? Also, wenn du jemanden mit einem Portable Hole in den Boden reinbackst, dann kannst du sterben. Auch mit voller Kantobewusstung. Oh, warte. So, Ronny, falls du mal irgendwie mal wieder so trollen willst. Ist Bargain noch drin? Nein. Aber er war lange genug. Oh, du hellen Läufs. Uh. Okay. Was hatte ich vor zu tun? Ach ja. Malte, Manuel, ich möchte euch hier präsentieren. Und es leckt voll bei mir gerade. Oh, nice. Geil. Ich wollte eigentlich gerade euch den Mass Fabricator geben, aber... Warte, komm her. Stell das am besten hier an der Ecke hin. Was machen wir denn überhaupt mit dem Teil hier? Ja, genau. Na, Yu Yu Meta produzieren. Im Grunde könnte es hier dran stellen auch... Alter, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob meine Festplatte vielleicht voll ist. Das wäre nämlich richtig assi. Ne, 600 GB habe ich eigentlich noch. Was ist denn los? Ah, jetzt ist los. Läufs fast. So. Und das müsst ihr auch an die Energiequelle anschließen. Ihr könnt es aber auch so zu machen. Ihr habt ein Low Voltage Solar Array. Das könnt ihr eigentlich damit verbinden. Okay, wir haben halt noch eins, Alter. Ja, ne, warte, warte. Ich kann das ja gleich mal machen. Ich werde einfach mal so frei sein. Ja, aber... Oder soll ich das verstecken? Weil sonst kann das ja jeder anschauen. Ne, ach, jeder kann sich das anschauen. Okay. Oh, Alter, es liegt voll an. Oder? Ja, doch. Ja, YOLO. Ja, und das kann er einfach daneben, glaube ich. Man müsste es gleich... Aber es geht sehr langsam. So, und eigentlich wird es jetzt langsam produziert, aber wenn ihr Scrapboxen da unten reinpackt, dann geht das schneller. Ich habe das mal provisorisch gemacht, weil wir haben noch so voll viel über. Mal schauen, ob da gleich... Eigentlich geht es runter, das heißt... Ja, 1%. Also es geht echt richtig langsam, weil ihr habt nur so ein Low Voltage Solar Array. Aber... Keine Ahnung, wenn ihr das die Nacht laufen lasst, kriegt ihr ein paar Jujo-Meter und... Ist jetzt keine riesige Produktion, aber... Weil das Teilbruch hat richtig viel Energie einfach. Und was ist, wenn wir keine Scrapboxen mehr da drin haben? Äh, dann geht das noch langsamer. Also ich glaube, dass... Alex ist von der Ausbrecher. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist fünfmal schneller, oder... Weißt du, wie schnell das ist dann mit Scrapboxen? Ähm... Ich glaube, achtmal. Also es ist echt einiges schneller. Aber ihr könnt das... Sechsmal, sechsmal schneller, glaube ich. Also ihr könnt das Teil dann auch später mal mit einer Ranch abbauen, mit dieser Industrial Craft Ranch. Oder Electrical Ranch und sowas. Und dann könnt ihr das auch an eine bessere Energiequelle anschließen. Aber ihr habt jetzt erstmal ein Array. Und das wird dann erstmal eine Weile laufen, keine Ahnung, also. Und bei mir liegt es irgendwie voll. Oder ruckelt. Äh, vor allem jetzt leckt es irgendwie in eurer Richtung. Oder jetzt nicht mehr? Hä? Ich verstehe gar nicht mehr. Ansonsten muss ich mal Aufnahmen pausieren. Alter, jetzt. Aber wir sind doch eh durch, oder nicht? Alter, ich bin fast tot gewesen, ne? Nein. Sind wir jetzt nicht eh durch? Warte, warte, warte. Ich bin gleich fertig. Das müssen wir zwei noch absegnen. Ich glaube, dass jetzt endlich mal so ein bisschen ein Punkt gekommen wäre für einen Cut, oder? Weil ich muss essen gehen. Warte, 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 warte. Eine Sekunde. Ich mach sowieso noch ganz kurz vielleicht alleine weiter, damit ich die Farm noch, äh, du, Schliff mach und so. Wo bist du hin? Warum geht hier alle weg? Kommt her. Das Einzige, was ihr machen solltet für mich. Liege da mal weg. Okay, ich komme mit was. Los. Warte, ich will jetzt, dass dieser Scheiß Dingens hier geht. Wir laufen viel zu weit. Hey. Hey. Da, liegt er. Hey. Der Heselige da. Ja. Eins, klatschen mal ran. Warte, ich brauche jetzt noch ein, äh... Hey. Das war ja schwierig. Okay, wo kommt jetzt der, äh, der, der Dingens hin? Warte, ich hab's gut. Da ist er noch. So. Und er läuft. Jetzt wird er sich dauerhaft erhitzen, wenn ihr die Grüne hier habt. Und jetzt ist er schon auf. Eins. Oh. Jetzt sah er aus. Cool. Oh, der MFE, der MFE geht immer noch trotzdem rauf. Ja. Ich hab ihn aber gerade ausgemacht. Warte mal, jetzt muss der MFE. Ja. Leucht, bei dem. Hm? Wo? Ja. Ha, ha, quasi, na, ja, ja. Ja, genau, wir machen jetzt noch mal die Rache. Richtig dreckig. Au. Au, 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 au. Ey. Uncool. Mann. Okay, lass mich noch, äh, bin so friedlich heute drauf, ne? Alles ist so friedlich. Das ist so friedlich. Das ist ja schon fast... Super, Alex, ja, Alex, was heißt das? Ja, Alter, das... Ich hab' gerade nicht das Bedürfnis, jemandem das Grundstück einfach abzureißen. Heftig, was los mit dir, du verrückter Junge, ey. Ja, und sowas nimmst du Urlaub, Alex. Ja, ganz ehrlich. Gut, so. Ich würde behaupten... Ja, dann wären wir in einem kathwürdigen Ort angelangt. Genau, da mach ich den Induction-Furnace hier aus. Gut. Leute. Haut rein, wie man sieht, haben Zeronik, Alex und wir übertrieben im Brief... Mal extrem fette Aufnahme-Session jetzt hier gehabt und uns krass die Köpfe eingeschlagen. Äh. Ja. Das würde ich erstmal sagen, wäre es das mir gewesen im Schlusswort. Ja, und ciao. Und letzte Wort geht Alex dem. Böse. Genau. Na, ich mach noch ein bisschen weiter alleine, aber ihr könnt ja schon gehen, ne? So, also, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, das nächste Mal beim Brief und dann nicht so viel kaputt machen. Auch nicht meine eigenen Sachen. Ah, das ist gut. Also, ciao. Alles klar. Tschüss. 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 Warte, ich muss doch... Essen! Also, ciao. Wie fett die Datei ist. Tschüss. So, Eigenschaften. Oh. Die Datei ist ja nur 350 Gigabyte groß. Alter, nur. Ja, Flaps macht immer so schöne große Datei. Ich hab mal versucht, Dinge zu machen. Ich sag, wir chillen noch bei dir im Channel und labern einfach rein und lustige Scheiße. Okay. Gut. Ähm. Ja, dann gehen wir erstmal auf den Aufnahme-Aufnahme-Channel und ja, vielen Dank und viel Spaß noch. Okay, tschau. Tschüss. Tschüss. User labt your channel. User labt your channel. So, da sind wir endlich alleine. Nein. Ähm. Ich hoffe, euch hat die Mega-Folge schon mal bis jetzt Spaß gemacht. Alter. Tschüss, bekallah. Ich hab's noch geschafft. Äh. Und so, dass ich da gleich mal runtergehen kann, vielleicht. Und das mal aufladen kann. Mist, hier komm ich da jetzt rüber. Ähm. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hab jetzt schon fast alles korrigiert. Ich hab mir das ein bisschen Zeit-, also weniger zeitintensiv vorgestellt, aber keine Ahnung. Äh, im Grunde ist es jetzt nicht so schlimm gewesen. War trotzdem relativ spaßig. Auch wenn's, alter, dass so lange sitzen, wenn's auf den Rücken geht und so nen Scheiß. Aber na gut. Achso, das läuft die ganze Zeit über, weil hier gar kein Strom nachkommt. Deswegen. Ah. Geil. Gut. Ähm. Ich weiß nicht, ob sich das jemand bis jetzt schon reingezogen hat, weil das ist eigentlich echt langweilig und so. Ähm. Weil ich hab jetzt einfach das gemacht, was wir davor auch gemacht haben und. Ja. Keine Ahnung. Nochmal will sich das, glaub ich, niemand so freiwillig reinziehen. Deswegen. Ähm. Falls es doch jemand irgendwie gemacht hat. Äh. Herzlichen Glückwunsch hier für dieses Bonus-Material. Was es auch immer bringen sollte. Äh. Ich schließe jetzt noch die Sugarcane-Hawster an. Muss ich aber mal ganz kurz ausmessen, wo ich die platziere. Weil ich hab da voll wenig Ahnung. Oh. Da ist auch noch mal ein bisschen was geflutet. Aber ist jetzt auch wieder in Ordnung. Alles klar. Gut. Dann fangen wir mal an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Fünf. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 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 Und die Hälfte davon, also müssen wir einfach nur elf und dann der zwölfte Lok. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Seben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Also hier. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. So. Hier kommen dann die Sugarcane Harvest dahin. Dann kann ich mir das gut merken beim Wasser. Äh, das ist noch gar nicht verbunden mit dem Stromnetz, das heißt, das ist nicht wild. So. Ach ne, das ist gar nicht richtig, der muss ja auf die eine Ebene da drunter. Das heißt, ich muss hier gar nicht das Teil so weit nach oben. Äh, ich mach das mal ganz kurz so weg. Weil macht ja auch Licht und sowas ein bisschen. Kann ich das noch so zumachen? Genau. Weil, äh, die Teile verursachen natürlich Licht und das ist natürlich Licht-Updates und sowas. Und Licht-Updates, das bedeutet einfach, dass da was aktualisiert wird. Und das ist nicht so gut. Ähm. Ich glaube, auf der Höhe war's. Ah, Alter, lass mich nicht lügen. Hoffentlich war das auf der Höhe. Ich glaube, ja, aber... Wisst ihr, ich bin mir dann leider nicht mehr hundertprozentig sicher gerade. Ach ne, das muss da rein. Alles klar, der Pfeil steht richtig. Weil theoretisch müssten die... Müsste der jetzt nach oben was... Ah, ich will das jetzt aber nicht nachschauen in der Dingensens... Ich will jetzt wissen eigentlich, ob das auf der... Ich muss es mal ganz kurz doch nachschauen, glaube ich. Äh, ich muss mich mal kurz hier safe platzieren. Dann schaue ich mal ganz kurz im Browser nach, ohne das jetzt irgendwie zu cutten. Weil ich... Äh, ich habe jetzt echt genug von dem ganzen Zeug. Und mich das jetzt mit möglichst wenig Arbeit noch vollenden. Äh, ich schaue gerade meine Folgen durch und ich sehe aber nirgends. Wo habe ich denn die Zuckerrohr... Habe ich die da in der Folge platziert oder sowas? Gleich mal auf Stumm schalten. Ja, wenn man sich nichts merken kann, ist das natürlich gut. Äh, hier bin ich bei der Zuckerrohr-Farm. So, nächste Folge machen wir dann, glaube ich, mal wieder was ordentliches. Nicht so ein Kack wieder. Ähm. Nee, 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 noch nicht. Ach komm, zeig es mir doch bitte. Diese verkackten Teile. Wo habe ich die denn platziert? Ehrlich, kann doch nicht wahr sein. Das finde ich doch niemals wieder. Äh, ich kann ja mal... mal ganz kurz im Wiki nachschauen. Das geht vielleicht sogar schneller. Äh, Sugarcane Harvester. Ich finde das so lustig, wenn jemand irgendwie währenddessen irgendwo was macht, während hier das Video läuft, ne, weil das voll, so voll verwirrend ist und so und man eigentlich nichts versteht. So. Two Levels below, one level on the same. Three levels above. Das heißt, äh, 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 was heißt das denn? Drei Level da drüber. Das heißt, äh, 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 äh mal richtig gehabt, aber anscheinend, äh, Moment, vielleicht finde ich ja doch noch mal was, ich will eigentlich nicht hier stehen, weil das voll gefährlich ist und so, ich stelle mich lieber hier so hin, hier ist ein kleiner Gang, da wird schon nichts passieren, da wird schon kein Creeper ankommen, niemals, niemals, ähm, da wechsle ich mal hier, und, dann schaue ich das noch mal hier nach, weil irgendwo muss ich das ja gehabt haben, hm, ich liebe es, die, äh, Mute-Funktion zu benutzen, weil ich habe gerade richtig laut genießt, genossen, genießt, genossen, ah, eine Frage, die sich, äh, die Menschheit schon seit langer Zeit stellt, so, jetzt, sagen wir doch mal, ich schaue jetzt gerade ein anderes Video durch, vielleicht sehe ich das da, la, 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 habe ich das denn gebaut, mit dem Zuckerrohr, ich kriege das gar nicht gebacken, ja, weil das ist schon wieder so lange her mit den Ferien, da habe ich das gar nicht mehr im Kopf, so, und dann habe ich das, auf welcher Höhe habe ich das denn platziert, oder habe ich das doch, weil eigentlich stand doch da, dass das voll anders ist und so, Ah, ach so, jetzt weiß ich, okay, und, das Spiel ist gejoint, ähm, genau, jetzt weiß ich nämlich, ah, jetzt, ah, 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 ja, so muss das sein, und zwar, ich glaube, auf der Höhe, auf der Höhe muss das sein, und dann nehme ich drei nach oben und zwei nach unten, eins, zwei, richtig, gut, dann weiß ich das jetzt auch, sehr schön, das hatte ich nämlich nicht mehr im Kopf und ist natürlich dann sehr ungünstig, ach man, das da hat den richtigen Anschluss, hier ist nichts passiert, ich muss dann nochmal eigentlich was machen, äh, oh, da kommen hier genau gleich die Pipes noch durch, das natürlich auch, und ich habe hier irgendein Vieh rumfliegen, Alter, verpiss dich, darf doch nicht wahr sein, so, ich platziere erstmal die Sugarcane Harvester wieder, alle zwei Teile, hier, dann muss das, ah, Mann, nicht zu tief, so, und, wo ist das, wo leuchtet das, hier leuchtet das, das heißt, ich muss das hier wieder auf dem Level platzieren, äh, das wollte ich gar nicht, ja, das ist voll unpraktisch, weil das hier alles schon vollgewachsen ist, so, und ich glaube, das ist dann richtig, weil, drei nach oben, aber das ist ja egal, und zwei nach unten, eins, zwei, ja, ich, ich glaube, das stimmt, war es erstmal kurz auf, das fasse ich aber jetzt nicht, ich glaube, das gibt erstmal Gefängnis, äh, da, 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 Debitorjoint, hallo, äh, die Etage muss ich auslassen, glaube ich, und dann eins drunter, ach, Mann, ich habe hier nur an einer Seite eine Wand, ja, und dann passiert es mir immer wieder, dass ich, nein, nein, ganz sicher nicht, mein Freund, ganz sicher nicht, ähm, vielleicht kann ich ja schon mal mit den Pipes anfangen, Alter, das ist gefährlich, Jetzt ist Sonic wieder nicht da, ich brüchte mal seinen Zauberstab, das wäre eigentlich voll nice, aber Nein, da ist er wieder nicht da, der Junge Da kann er mir auch nicht den Zauberstab geben Dann hätte ich nämlich ganz leicht diese Mobs töten können, aber nein So, dann machen wir uns halt mal ein paar Pfeile aus YuYuMeta Und jetzt habe ich natürlich die YuYuMeta-Page Ach, da kann ich einfach zurückgehen ein paar Mal Zack, 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 zack Äh Äh, da Und dann muss ich mal schauen, wo die Pfeile sind Man kann nämlich richtig viel aus YuYuMeta machen Und ich glaube, es waren auch Pfeile Oder liege ich da falsch? Okay, ich liege da falsch, da kann man sich wohl keine Pfeile machen Gut geklärt, dann hole ich mir mal irgendwie irgendwo Pfeile her Weil ich müsste doch vielleicht noch ein, zwei Pfeile haben Wäre natürlich stylisch Stylisch und geil Ach, da bin ich jetzt in Ruhe Ich wollte dich verschonen, ja, aber nein Jetzt nicht mehr So, das, da Ah, das ist die falsche Küste Die Küste wollte ich So, oh, ich habe drei Pfeile Alter Mann, wie soll ich mich jetzt um diese Kack-Creeper kümmern Wenn ich nicht mal die irgendwie mit Pfeilen ordentlich killen kann Ich habe jetzt auch keine Lust, da mir ordentlich noch Pfeile vorzuprozieren Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt weg sind Alter, wenn ihr mal auf die Bini-Map schaut, ja Da wimmelt es einfach nur so vor Creepern Alter, ich mache keine Jokes, ne Irgendwann reicht's Hier eins, zwei, eins Hier muss auf jeden Fall eins schon sein, ne So richtig, dann Wo das Licht ist, immer dem Licht nach Jetzt drunter Und dann hier Ich habe richtig Schiss gerade, ne Weil diese Creeper, die gehen ja so richtig auf die Nerven Okay, es ist einer, der ein bisschen heller leuchtet Weil man kann auf der Mini-Map sehen Die Mobs, die näher sind Die leuchten heller Da ist doch einer, oder? Ich müsste gleich Da sein, wenn er auf der Ebene ist Okay, er ist nicht auf der Ebene, glaube ich Gut Das Dann Da wieder der richtige Pfeil Genau, das Zucker platze ich dann gleich mal nach Wollen wir uns gleich noch um Pipes kümmern müssen und so Das auslassen Das ist das nächste Ich glaube, hier ist auch safe Nachdem, wie ich das so urteile So So Der Pfeil müsste hier noch stimmen Und dann lasse ich wieder eine Ebene aus Und gehe auf die nächste Ebene Ich habe voll die Paranoia Aber ich glaube, das ist verständlich Weil, schaut mal Hier könnten überall Creeper sein Und Ihr merkt es schon Immer wenn so ein Creeper hier explodiert Dann hat man immer gar keine Lust Das immer Neu zu machen So Hier ist glaube ich auch keiner Ich schaue mal auf der Minimap eigentlich Wenn diese Teile Da leuchten Ah, das Kabel muss ich dann nochmal ordentlich machen Alles klar Das mache ich als erstes Das wird die Stromversorgung sein Ich werde diesmal von unten anfangen Weil das war voll Fail Von mir, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe Ich habe das mal vorgebaut Mit jemandem auf dem Server Da das coole Design mal ein bisschen auch gezeigt hat Und so Und da hatten wir das anders Ja Aber ist ja nicht so schlimm So, hier rumführen Voll die Mobs hier die ganze Zeit So, wir führen das mal hier runter Und wir gehen einfach hier unten dran Wir machen hier die Verkabelung Und hier ist das auch nicht schlimm Wenn das so krumm und schief Und in alle Richtungen geht Und sowas Weil Äh Es einfach egal ist So Ähm Hier stört das ja auch niemandem aussehen und so Und ich muss jetzt einfach nur Die Stelle finden Wo das ist Da breche ich mal vielleicht irgendwo hier durch Hier zum Beispiel Wenn hier jetzt Das Loch ist Das ist jetzt nicht so schlimm Ich will jetzt nur wissen Äh Wo Das Zuckerrohrgerät steht Mann, wo ist der Gerät? Alter Schö Ach Ah Ah Der Gerät ist hier nirgendwo Weil der Gerät Hier runter geht Und der Gerät, der hier runter geht Geht da hin Und ich kann das auch weg machen Hier unten ist das nicht so wild Wenn das geflucht wird Ähm So Ich kann das Loch eigentlich gleich wieder zumachen Weil es mich verstört Äh Ja Sich hier wieder zurechtzufinden Das ist natürlich auch eine Qual Und hier einfach Und zickzack drum herum Wir haben ja eigentlich noch genug Von den Teilen Das heißt die kann ich auch mal so anordnen Wenn es komisch aussieht So Die Stromversorgung wäre dann damit für die wieder geregelt Das heißt die kriegen dann wieder schön ihre Energie Können dann schön wieder Sich ihr Zuckerrohr abharvesten Und dann muss ich jetzt mich nur um die Kabel kümmern Und dafür werden wir auch die Item Tesseracts verwenden Und zwar der eine Item Tesseract Wird hier herkommen Und Da brauchen wir hier eine Iron Pipe So Und da wollen wir nämlich Das Ne Da wollen wir hier nicht die Iron Pipe Und zwar Kommt die nämlich hier hin glaube ich Äh Komm Brauche ich nämlich hier nochmal ganz kurz Und zwar um das ganz kurz zu erklären Ähm Der Item Tesseract Wird dann die Items da ausspucken Nein das geht in die falsche Richtung Das will ich eigentlich gar nicht Um das mal ganz kurz zu beheben Nicht dass da noch was passiert Aber ich glaube damit könnte nichts passieren So Und kommt hier der Item Tesseract drauf Und wir wollen dass die Items da rauskommen Und dann hier weitergeleitet werden Und das Äh Dass aber die Items hier von dem Teil auch noch Also von der Weizenfarben auch noch ordentlich weitergehen und so Ach und hier fehlen noch Fackeln Aber ich hab gerade keine Fackeln Aber das werden wir dann gleich korrigieren Ja da war ich natürlich so ungeschickt Und hab die ganzen Fackeln entfernt einfach Das äh Passiert mir natürlich So dann mach ich immer meine private Frequenz Und zwar Receive only Auf der Frequenz Äh wir machen mal Die 19 einfach Sugar Cane Und Das fügen wir auch hinzu so Und das heißt es wird auf der Frequenz Sugar Cane das empfangen Aber da kommt noch nichts rein Das heißt wir haben noch den anderen Tesseract Der gleich dazu benutzt Oh Nein 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 Böse Ich hab kein Essen mehr Die Creeper die warten alle schon Diese kleinen gierigen Viecher So wo mach ich das jetzt an welcher Seite Eine so ne Zuckerrohrseite kann ich ja entbehren Und zwar Ich will das jetzt nicht dass das da flutet gleich So da muss ich halt ein bisschen schnell reagieren Aber das kann ich ja Ich hab ja so die Monsterreflexe und so So ich geb mal ein bisschen sicher dass da keine Creeper sind Hier fehlt wieder ein bisschen Zuckerrohr Ja ist manchmal so ein bisschen das übersieht man Wo das überall ist und so So Und Dann muss ich gleich wieder hier Ohja ich dachte gerade es wäre nicht gegangen Aber läuft So Und zwar wollen wir dass die Items in der Mitte sozusagen zusammengefasst werden Das heißt die gehen erstmal von oben nach unten und von unten nach oben Und in der Mitte treffen sich dann die Röhren Und wir brauchen aber auch Iron Pipes dafür Warum zeige ich gleich Oh und ich habe fast die Befürchtung Ich sollte kein Creeper sein Also Die Symbole erscheinen mir nicht hell genug dafür So Achso das ist ja hier drüben Da muss ich das auch noch abbauen Naja egal Äh so Und hier brauchen wir eine Iron Pipe Und zwar wollen wir dass die Items hier raus gehen Und nicht nach oben gehen sondern nach unten Und deswegen machen wir das so hier Das heißt Werden die gleich noch so einstellen Die Iron Pipe Dass die Die Items von beiden Seiten nimmt Aber nur in die Richtung gleitet Genau So Haben wir das auch Dann wollen wir da gleich runter Hier Oh scheiße Ich glaube hier war das Hier müssen wir dann weitermachen Hier ist die Creeper Gefahr auch nicht Vorhanden In diesem Maße Oh hier fehlt Ja Ist immer so lustig Wenn man so Flecken entdeckt Wo dann unten drunter noch Wasser ist Dass man das gleich ausbessern kann So das kommt dann weiter runter Hier Die ist das Okay und da ist der nächste Zuckerrohr Und dieses Sugarcane Harvester Creeper Gefahr Ich check immer auf der Minimap Ne Wenn der genau bescheid ist So hier mache ich auch nochmal eine Iron Pipe Und auf der nächsten Ebene mache ich dann den Tesseract Und Warum mache ich das Das habe ich ja auch nicht so richtig erklärt Die ganzen Items haben ja zu Lacks geführt Oder zu Rucklern Manche Leute legen da ja richtig Wert drauf Oh Jetzt habe ich das weggemacht Ja So Und So wird einfach die Zeit Oder die Itemmenge Verkleinert Weil Dadurch dass wir die langen Pipes hatten Sind ganz viele Items hier gewesen Und bis die dann da waren Haben sich ganz viele Items aufgebaut Und das ging ja von unten nach oben und so Und hier wird das ein bisschen minimiert Und das ist eigentlich generell ziemlich gut für die Performance So Und Wir wollen schon mal dass die sich Ich mache mal ganz kurz hier das hier Kann ich nämlich ordentlich arbeiten Die kommen dann schon von unten Hier kommt dann der Tesseract hin Hier Und hier kommt das noch von oben Und die führen jetzt von zwei Röhren das hier rein Ich glaube Das verbindet sich ja sowieso nicht Es gibt Lol Wer hat Hat hier jemand kostenlos Das muss ich gleich mal eigentlich ausnutzen Alter Ich will mal wissen Ob jetzt gleich was rauskommt Da bin ich mal sehr gespannt Alter Das darf doch nicht wahr sein Hat jemand echt ein paar Public Frequences Also Frequenzen die jeder Wann schon Wann schon Okay ich glaube da kommt nichts raus Jetzt mal Gold Also wenn jetzt nicht direkt ganz viel rauskommt Dann nehme ich an dass da sowieso nicht viel ist Weil Keine Ahnung Eisen Aber scheint alles von einer Person zu sein Ich könnte mir das nur so aus Spark denken oder sowas Aber Warum Oder vielleicht hat er es bemerkt Und er hat die nicht gelöscht Könnte ja sein So und der sendet nur Das bedeutet Der wird die Items hier nehmen Und an den anderen Tesseract senden So das ist ja klar Das kann ja wieder gemacht werden Und so Dies, das So Die Creepergefahr ist jetzt ein wenig höher Aber hier ist er auch nicht zum Glück So Und jetzt werden wir das gleiche Spiel nur andersrum machen Das heißt dass die Items hier rauskommen Hier auch wieder eine Iron Pipe gleich kommt Ich mach hier mal wieder Eis Weil ich hab noch genug Eis Kann ich mir das auch sicherer machen So Aber wir werden jetzt die Items nach oben führen In den Tesseract Da Und Und Dann machen wir das hier Und dann gehen die nach oben Und Ich glaube Scheiße man Fuck die Hände Alter Wir kriegen ja schon Weed wieder Die Farm läuft ja irgendwie Lord Plant Ball Warum auch immer der jetzt da lang gekommen ist Egal Ich hab das auch gar nicht eingestellt mit der Farm und sowas Aber irgendwie hat das ja trotzdem funktioniert Außer die Farm hier Das ist welche Ebene Bin 23 Da schau ich mal nach was hier ist Dass das nicht funktioniert 23 Also ungefähr die hier Aber hier müssten eigentlich auch Ne Moment Die hier Äh Nein Ah Mist So Die hätte hier ist sie jetzt drin Aber Was ist das Das müsste die Farm sein Äh Missing Morises Achso Hier fehlt vielleicht Dirt oder so Dann wird das erst korrigiert und gemacht oder so Werden wir gleich sehen Weil hier wird noch gar nichts gepflanzt Ah jetzt auf einmal Okay ich hab jetzt Die Diamond Pipes gar nicht so richtig gemacht Aber es hat trotzdem funktioniert aus irgendeinem Grund Und ich lass das jetzt einfach so Weil ich da keinen Bock hab das zu füllen Wenn es auch so geht Dann lass ich das einfach und Stört ja eigentlich keine Sau Ich kann ja nicht Gold Pipes hinmachen Weil dann geht das auch schneller Wenn ich da gleich mal Bock drauf hab Dann mach ich das Die Aufnahme ist schon elendig lang Ich weiß Und ich Auch wenn ich mir nicht sicher bin Dass Äh Überhaupt noch jemand zuschaut Werde ich es fortsetzen Oh Okay dann bin ich halt gleich so bei der letzten Ebene Die ich halt so Verlassen habe Denk ich mal Nice Ist gleich abgeschossen Creeper check Nee hier hab ich noch nicht gearbeitet Na Das sind Die sind hoffentlich despawned oder sowas Das könnte sein Dass die halt Sich mal entschieden haben Nö Wenn er gerade nicht da ist Dann Despawnen wir mal kurz Und das ist natürlich richtig geil Für uns So Und da haben wir noch Wir haben nicht mehr viel übrig Ne An Ebenen zu machen Okay hier müssen die Creeper wahrscheinlich sein Puh Kommt Wo seid ihr Oder nicht Hätte natürlich Unnormal Swag Wenn ich einfach so arbeiten könnte Weil ich Angst haben muss Im Zuckerrohr habe ich auch das Gefühl Die sehen Äh Die Mobs sehen an einen auch nicht so richtig Deswegen ist das natürlich sehr vorteilhaft in dem Fall Aber Na gut Ich hoffe mal ich platziere die Pipes nicht falsch Weil Das dann wieder zu finden Dass man das falsch platziert hat Wird ich auch nicht so geil So Alle gleich durch Gleich durch Komm spring mal runter Spinner Danke So Das hier wird das wieder runtergeführt Du Oh nein Du dumme Skelett Alter Tötest mich gleich auch noch Nein So weit kommt es noch Oh nice Das Zucker rollt das ab Voll Glück Das hätte nämlich blöd ausgehen können Ich brauche was zu essen Ah ich habe Karotten Nice Oh danke BTTV Alter Broken Thumbs Die haben mir sogar Essen gespendet Und die leben Die retten mir gerade das Leben Würde nicht jeder machen Muss man natürlich von der Seite sehen Okay Ich sehe sehr viel Mobaktivität Auf dem Radar Deswegen hoffe ich Dass Ich das hier in Grenzen hält So 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 Hoffentlich reichen die Pipes noch Bitte Bitte So Das stimmt alles noch Das geht eigentlich alles noch Voll in Ordnung Und jetzt die letzte Ding Ah Mist Komm Spinnen Lass mich in Ruhe Ich muss noch eine Sache Und hier Muss ich das gar nicht machen Weil hier gibt es gar kein Sugarcane Harvester Nice Leute Ich glaube Ich bin soweit Äh Das kann ich abbauen Das kann ich auch abbauen Das war ja nur eigentlich Kurzzeitig So Da Hier brauche ich noch Eine Diamond Pipe Wichtig Dann kann ich das Teil auch abbauen Dann habe ich schon mal Zwei von drei Und wo ist die letzte Redstone Energy Cell Wo habe ich die Denn verwendet Ich hoffe das waren auch alle Die ich da abgebaut habe Weil ich war mir dann nicht So ganz so sicher Dass da noch alle da waren Okay ich brauche eine Diamond Pipe Auf jeden Fall Und den Redstone Die Redstone Energy Cell Die hier liegt So Geil Leute Gleich fertig Wisst ihr wie froh Wie glücklich das macht Mich das macht Auch wenn man sagen könnte Okay ohne BDTV Und so Dies das Wäre das ja nicht so schlimm gewesen Ähm Ja Keine Ahnung Ich lebe einfach damit Also keine Ahnung Ich würde mich da jetzt Nicht ewig noch abpissen Weil das irgendwann Mich auch selber nervt Und so Einfach irgendwann zufrieden gehen Und äh Einfach mal vielleicht Den ersten Move machen Und so Ist manchmal ganz gut So Essen 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 So Habe ich denn hier Irgendwo Warum habe ich hier Keine Diamond Pipes Alter Ich habe doch welche Gecrafted Da bin ich mir doch voll sicher Kann doch gar nicht sein Gut Juju Matter Vielleicht geht es hier ab Und so Dies das Oh ich bin dann so glücklich Dass ich erstmal Pause machen kann Weil Eigentlich zocken macht voll Spaß Und sowas aber So Langzeitmäßig Ist es manchmal Ein bisschen nervig Fehlt eigentlich noch Eins Das ich mir mal ganz kurz nehme Wieso Habe ich nämlich zwei Diamanten Ich habe mir eigentlich voll die Diamond Pipes gecrafted Dachte ich so Aber Achso die habe ich auch verbaut Und mir fehlen zwei Das heißt ich darf noch mal eins nehmen Ach ja So Ich habe gar kein Glas Alter Jetzt habe ich doch Sowas kann gar nicht sein Dass mir immer die ganzen wichtigen Sachen fehlen Da glaube ich immer so Ne Das darf jetzt nicht wahr sein Aber ich habe noch Diamond Pipes verwendet Bei dem anderen Ding Ich weiß Vielleicht ging das ja gerade auf Vielleicht habe ich mich da ja so Richtig gefreut Ey yo Das geht auf Und so Nichts extra noch machen Ich räume dann nochmal die ganzen Sachen irgendwann aus So Diamond Pipes Wird jetzt nämlich hier sortiert Dann brauche ich aber noch Red Pipe Wire Was ich ja noch hier habe Und hier wird Mossy Cobblestone rausgefiltert Puh Rot So Hier wird Nice Das arbeitet glaube ich langsam wieder Weil hier irgendwie wieder Weizen nachkommt oder so So Passt das hier Ähm Ich würde langsam gerne die Teile wieder anschalten Hier Da muss am wenigsten Das heißt Fünf Hatte ich hier fünf? Ich glaube ich hatte hier zehn Zehn Das hatte Auch zehn glaube ich Ich denke Ich glaube Zehn sollte reichen Ansonsten könnte das mehr schreiben Äh Und das hatte hundert Nice 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 Das freut mich Einen Ast Hab ich die Alter Junge Ich glaube da will gerade jemand richtig eins aufs Maul Da Einfach mit den Pfeilen Weil du es bist Ähm If fuel Under 10% Hauen wir das Nicht fuel Sondern Fuel Dann Redpipe Signal Das gleiche hier Fuel Redpipe Signal Fuel Redpipe Signal Fuel Redpipe Signal Haben die jetzt eigentlich alle Die haben alle bekommen Weil das hat sich ja schön Aufgeteilt Aufgesplittet Nice So Hier habe ich das gerade gesehen Es braucht nämlich nur Redzone Signal Damit es da alles raus gibt So Die ist das So jetzt ist das auch leer Ich glaube es wird jetzt wieder ordentlich produziert Ich denke mal ja Die haben alle ungefähr gleich Ich werde das aber alles nochmal glaube ich erklären Weil das hat ja jemand noch Darum gebeten Und ich glaube Ich möchte Von den Teilen möchte ich eigentlich noch ein paar haben So Äh Ich würde eigentlich so eine Kiste Ich will keine Diamantkiste da platzieren Ich wollte eigentlich ein paar Plantboards unter Umständen auch so sammeln Weil da Ist auch manchmal ganz lustig Was man so draus machen kann Aber nein Unnötig So Jetpack alle Nice Ich finde es immer so geil Wenn ich da wieder nicht hochkomme Äh YOLO Dann baue ich mich da halt hoch Äh Ich habe keine Fackern Die brauche ich auch noch Die muss ich auch noch Wegen ausleuchten und sowas Hier Ah Mist Das War das ja Ah Jetzt muss ich die Ebene finden Dann okay Elf Muss ich mir merken Oder so ähnlich Dann kann ich das nämlich fixen Weil die Farben sind eigentlich Fast intelligent Aber Das heißt Wenn du die Farben Selber korrigieren willst Dann macht die das einfach Dann akzeptiert die Die ist dann ein bisschen stur Und sagte Nee Das mache ich aber alles selber Das ist natürlich nicht so geil Aber Na gut Oh bitte Lass mich doch hier hoch So Scrapboxen Ohne Ende Nice Ja Damit kann man auch noch was lustiges machen Hat mir jemand auch geschrieben War eine ganz coole Idee Machen wir mal bei Gelegenheit Denke ich Aber das fühlt sich Das fühlt sich wieder Ordentlich Dann kann ich das schon mal um Dingensensen So Dann werden die Teile Das muss ich auch noch überprüfen Ob die alle richtig gemacht werden Und so Da muss ich nämlich schauen Das auch Das wieder Nicht Passiert wie beim letzten Mal Als ich mich da entschieden habe Und so Ach egal So Jetpack voll Und dann schaue ich mal ganz kurz Es müsste auf den entgegensetzten Seiten Immer hier Biomasse Hier ist keine Biomasse Weil das hier nicht verbunden ist Hover Mode Ah Da fehlt ein Liquiddukt Und Zack Und Verbinden Geil Jetzt sollte das aber stimmen Genau Dann so Und hier auch die Ecken Und der Rest ist ja dann da für die Lava Aber das ist ja nicht so wild So jetzt wird sich das wieder ein bisschen Auffüllen und sowas Nice Können wir das auch dann bald wieder starten Äh Die Teile will ich nochmal abbauen Und zwar Habe ich mir das anders überlegt Wie ich die dann Wie ich das mache mit den Dingern Weil ich will Dass die sich dann aufladen Dass man die dann halt Benutzen kann Wenn man will So Und zwar habe ich die jetzt Und die werde ich jetzt einfach hier anschließen Und zwar ist das jetzt einfach die Ladestation Und Dann kann ich hiermit Die Teile laden Mh Oi Das sage ich einfach nur ganz kurz Weil ich Gehe aber trotzdem gleich wieder weg So Die werden sich dann füllen Wenn ich die Maschine wieder anschmeiße Gut Und das gleiche würde ich mit denen Dann auch machen Sozusagen Also Ähm Da hat man nämlich immer so Ein paar Teile Und das Den Rest werde ich einfach auf Durchlauf Immer lassen Das ist dann in Ordnung Das Zuckerrohr kommt durch Nice Und da seht ihr auch schon Der Weg Den das Zuckerrohr immer gehen muss Ist dann um einiges geringer Goldpipes wollte ich noch machen Da kann ich da Mal ein bisschen noch was verschnellern Äh Habe ich hier? Nee Komm Golden Pipes Mehr will ich nicht Erstmal So Acht Stück gleich Dann packen wir die gleich mal da unten hin Und dann mache ich das erstmal ganz kurz So So Und So Dann wird das auch nochmal verkürzt Weil die Ach nee Da staunen die sich dann wieder Naja egal Nicht so wichtig Aber hier kann ich das machen Hier lohnt sich das vielleicht sogar ein bisschen Eins Zwei Drei So Und dann werden die hier ein bisschen verschnellert und so Muss aber mal schauen Vielleicht muss das sich ja erstmal Ach nee Die geht Die überholen dann sogar Nice Äh Hier läuft gerade sogar was über Die kommen da gar nicht nachher Ach weil der leer ist fast Nicht so schlimm Wir schmeißen jetzt nämlich das Teil wieder an Bam Komm schon Bitte Bitte arbeitet Die noch nicht Weil Weil Deswegen Warum arbeiten die denn nicht Hat doch Biomasse eigentlich und ein Redstone-Signal Äh Ich glaube da gibt es sowas, dass man die Korrigieren kann Warum arbeitet die denn nicht Ich glaube ich baue die mal ab Die nicht arbeiten Weil Ich bin dafür zu unkreativ Mir jetzt zu überlegen Warum Die dann nicht arbeitet Und vielleicht wenn ich die einfach abbaue Wenn ich alles zerstöre Dann geht das bestimmt schon alles wieder So Äh So Achso Die hat jetzt auch nicht mal Lava Schlachau Und die ganze Reihe arbeitet auch nicht Aber das liegt daran Dass hier die Teile fehlen Oh Hoffentlich habe ich die Dingensens noch Das wäre sehr geil Oder ich klause mir einfach hier Zwei Drei Mir fehlen noch zwei Stück Äh Wird schon da vorne Warum habe ich das hier hinten noch Ach ne Wird es nicht Hier kann ich eins sparen Und Da nicht Ich bin voll der Sparfuchs Ja Könnt ihr mal sehen So Und die arbeiten alle auch nicht Aber die fangen jetzt an Ach die müssen sich ja erst aufwärmen oder Kann das sein Kann das ermöglichen Oh da fehlen noch welche Äh Ja Ich gehe ganz kurz ins Bett Und zwar dahinter Äh Kurz Slogan Aber es ist ja sowieso nicht Nacht Also Ich sehe auch gerade die Sonne nicht Genau Ist noch hell Äh Ja Wenn die dann sagen Bett Dann gehe ich wieder Aber solange kann ich mich ja noch weiter drum kümmern Ähm Oh Da wollte ich gar nicht drauf springen Oh Das Teil muss ich ja auch wieder abbauen Ne Sieht da sonst ganz schön hässlich aus Und das will man ja nicht So Dann haben wir das auch gleich fertig Abgebaut Ach ja Da unten muss ich noch das Ding Die Erde muss ich da noch reintun Denn dann wird es nicht automatisch korrigiert Ui Ich glaube das war der 11 oder so Äh Da haben wir Da haben wir 11 Warte mal Ach ja So dann wird das theoretisch automatisch gemacht Jetzt brauche ich noch ein paar Fackelos Ein paar Fackelos Und die kriege ich woher Muss ich mal schauen Das Teil kann eigentlich auch Das läuft Oder So dann kann nämlich hier auch mal die Lava aufgefüllt werden Ah warum funktionieren die Teile denn nicht Und zwar alle nicht Achso Ah Ja richtig Äh Das meinte ich aber nicht Wir hatten ja ein anderes Teil was nicht funktioniert hat Hier Hier machen wir noch Lava Ist natürlich verständlich Aber der Rest der läuft eigentlich Äh Da unten haben wir noch eine blaue ne Denke ich mal Oder ein paar blaue Da wollen wir natürlich wissen was hier los ist Ja das verstehe ich gar nicht Was Warum Gehen die jetzt nicht Äh Ich baue die einfach alle ab Glaube ich Ich habe mir noch ein bisschen mehr Red Alloy Wire Und dann baue ich die ganzen Teile ab Und dann Soll das vielleicht gehen Hoffe ich Denke ich Und davon habe ich sogar noch ein paar Sehr schön Ich hatte gerade die Befürchtung Dass es alles alle ist Aber nein Ach ja Fackeln wollte ich nur machen Aber dafür brauche ich Kohle Und das kann ich mir aus Jujo Meta machen Und habe ich Jujo Meta Mann Nein Äh Das nehme ich mal ganz kurz Äh So oder sowas Ich weiß nicht mehr wie es ging Nachschauen Ein Glück habe ich die Wiki Seite noch offen Ah ich weiß es Es kam mir wieder in den Sinn So Fülle zum Stück Ich habe gerade gar keine Kohle Deswegen Äh Wäre das natürlich anders Meitig nicht möglich Ich brauche nochmal vielleicht ein paar Sticks Darf ich noch ein Stick Also dann gehe ich mal ins Bett Bin Alles klar Dann können die kurz pennen gehen Dann ist es nämlich nicht mehr Nacht Debbie Debbie Wie geht man das gleiche schreiben Das ist immer so lustig Oder halt Was äh Ähnliches Ach man Zu spät Ich habe versagt Meine Mission Etwas Interessantes zu schreiben Ist Verkackt Äh So Da nehme ich nochmal den Stick Machen wir das nochmal Machen wir jetzt ein paar Fackeln Dann können wir das auch mal ordentlich ausleuchten wieder Dann wächst das nämlich auch wieder Äh So Hier ist auch noch ein bisschen dunkel Und hier So Jetzt muss ich aber So 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 Dann ist das hier nämlich gleich durch Und Hier kann ja auch noch ganz kurz die Fakten Dann geht das nämlich weg Sehr schön Dann sollte das nämlich auch ordentlich wachsen Sagen wir hier haben wir noch Ja massiven Einfach richtig massiven Overflow Ich dachte eigentlich Die müssten noch viel schneller gehen oder Aber anscheinend Warum kommen die denn da nicht mit Kommt hier noch keine Energie durch Oder noch nicht genug Energie Oh Hier kommt gar keine Energie durch Ja Das erklärt natürlich so einiges Weil die wahrscheinlich noch aufgefüllt werden oder Ich glaube mal Ah Mist Ich glaube mal Das könnte das Problem sein Dann trennen wir das ganz kurz Weil das hat natürlich Die obere Priorität Oberere Ah wird immer noch nicht aufgefüllt Was Was ist da los Muss ich die Verbindung nochmal trennen Ja ich trenne hier gerade noch ein bisschen Weil ich möchte echt sicher gehen Dass das Alles gleich mal ordentlich läuft Also hier haben wir noch ein paar Maschinen Die wir Gleich starten können Indem wir einfach nur das Teil hier dran packen So Dann ist das korrigiert Okay Dann gehen die Maschinen schon mal Äh Da sehe ich eigentlich nichts mehr Was sich nicht bewegt Genauso wie dort nicht Hier sieht auch alles gut aus Genauso wie da Ja jetzt haben wir hier den Kollegen Der wieder nicht laufen möchte Und da haben wir einige davon Also bauen wir dich mal ab Und Bauen wir Wo haben wir denn die anderen Nicht sich bewegen wollen Voll die Faulenze alter Die machen aber auch gar nichts Da Verstehe ich nicht Aber Ich muss Block Nein Ähm Damit ich da drauf stehen kann Weil sonst wird das ja nichts Also Dich baue ich ab Dich baue ich ab Und platziere die beiden gleich nochmal neu Alter Mann das ist alles viel zu voll Das ist bestimmt was runtergefallen Äh Äh Ja Aber ich sehe es nicht Gibt es mir Da ist sie Ist die Output Nein das muss eigentlich richtig sein Komm Das muss eigentlich stimmen So Das ist jetzt auch die richtige Richtung So Füllt euch mit Biomasse Und Lava bitte Dann können die nämlich auch starten Achso und das da oben Muss ich auch noch machen Genau Och man warum steht ihr denn Das verstehe ich halt nicht Das ist halt sowas komisches Sowas etwas sehr mysteriöses Das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt Also irgendwie hat das ja Ich glaube das kann man auch irgendwie so korrigieren oder so Aber Äh Habe ich da noch nicht Ausgefunden wie Ich dachte das würde man einfach mit einer Ranch machen Aber Falsch gedacht Nein Ah Komm hier hoch So 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 Komm Ja kannst du Äh Da muss er sich mal was anschauen Wenn er muss Dann muss er halt Und wenn diese Maschinen nicht gehen Dann verstehe ich das nicht Ach das Das werde ich sowieso irgendwie mal Auskriegen Die können ja nicht ewig Nicht funktionieren Haha Da schaut der Simon ein bisschen sich durch Ach der macht Ach der schaut sich die Recycler Dings an So Gut Ich esse nochmal ganz kurz was Und schaue nochmal ganz kurz da unten vorbei Bei Diesem Kollegen Der sich jetzt langsam füllt Toll Aber irgendwie trotzdem nicht Zu schnell So jetzt kommt er auch damit hinterher glaube ich Sollte eigentlich gehen Ich müsste eigentlich da Hopper platzieren Ich weiß gar nicht Waren da Hopper Oder Also haben die Die Broken Thumbs Leute Die abgebaut Oder wie ist das Hm Wenn so eine ganze Reihe nicht läuft Dann ist das natürlich kacke Aber jetzt muss es eigentlich laufen Also Muss eigentlich Muss muss Ja wird schon langsam Ich schließe dann die Den Magma Crucible und sowas Später wieder an Ähm Weil Muss jetzt einfach nicht sein Und so Na Da schaut er sich um Ich glaube Der hat sich ja auch Neue Yu-Gi-Meta Produktionen gebaut Und so Und ja Gut Ich mach dann auch gleich fertig Ähm Aber ich denke Ich bin hier durch Der macht hier Brutale hin Ah Er fliegt ja durch Der Schlawiner Ist klar So Ähm Ja ich kann jetzt eigentlich nur noch warten Damit sich das mal vielleicht ordentlich füllt Oder sowas Und dann Vielleicht funktioniert das ja Vielleicht auch nicht Wer weiß Wer weiß Niemand weiß es Weil ich es nicht verstehe Ja Die haben ein bisschen mehr Biomasse Wahrscheinlich einfach Keine Ahnung Irgendwas wird es sein Aber die Biomasse Produktion ist ja schon Auf maximal Gerade Die geben ja auch alles raus Und so Deswegen passt das Die Kiste ist auch bald voll Sehr schön Ja das läuft auch Da bin ich erstmal damit zufrieden Äh Ja das fühlt sich leider nur sehr langsam Ich dachte eigentlich Das müsste sich ja schneller füllen Aber vielleicht Vielleicht ist das nur das Maximale Ähm Wenn ich das wieder Vielleicht kann ich ja das andere doch noch anschließen Ist ja nämlich eigentlich voll nice Das hier Das wäre nämlich richtig in Ordnung Wenn das dann trotzdem noch Hinterher kommen würde Weil eigentlich muss es ja Also das ist ja Das ist eigentlich nur ein Kleinteil von dem Was da eigentlich produziert wird Eigentlich Aber Trotzdem ist das noch nicht so Optimal Aus irgendeinem Grund Hm Och man ich will dass die Maschinen hier laufen Verdammt mal Hier ist doch Biomasse drin Das kannst du mir doch nicht erzählen Äh Ja aber ich überziehe schon viel zu lange eigentlich Okay Ähm Ich glaube ich mache dann mal fertig Weil Sonst gibt es hier nichts mehr zu viel zu machen Vielleicht wenn sich die Speicher aufgefüllt haben Oder sowas Ich weiß nicht Ähm So ich gehe dann mal glaube ich off Leckt gerade wieder ein bisschen Aber ruckelt Vielleicht ist die Festplatte jetzt mal langsam voll oder so Wer weiß Wer weiß Hier muss ich nochmal ein bisschen noch korrigieren So Lichtupdates und so ein Zeug Aber das werde ich dann mal machen Wenn ich dann dazu komme und so Und ja Gut Ähm Ich glaube das wäre es dann erstmal Für die Spionagetypen hier Ähm Ja Müsste jetzt einfach alles laufen Wir hoffen einfach wird jetzt eigentlich das ein bisschen mehr Ja Äh Gut ich glaube ich versuche dann mal nächste Folge so Quarry zu machen oder so Wenn alles geht Und so Und so Dann müsst ihr eigentlich voll in Ordnung sein Und diese das Und vielleicht gehen dann auch die Engines hier Verlangen nochmal Die ja eigentlich ein bisschen Biomasse abbekommen Aber nein Die heulen ja trotzdem rum Weil äh Wir kriegen keine Biomasse Eine Sache verstehe ich aber nicht Warum Das Teil Sich leert Weil Wir müssten doch eigentlich voll viel Energie so produzieren Ich glaube dann Mach ich das mal auf Nummer sicher Dann schalte ich das nochmal ab Ich habe mich da Äh Da doch umentschieden jetzt Dann wird das halt nicht laufen Egal Weil das ist eigentlich eh voll egal so Und Das schalte ich auch erstmal ab Gut Ich bedanke mich fürs Zusehen Und sage Erstmal Tschüss Und bis zum nächsten Mal